Heute habe ich für euch eine ganz besondere Siggi-Kitt-Geschichte und zwar von einem kleinen Füchslein und einem großen Krokodil. Das Füchslein hört so gerne Märchen und das Krokodil gibt vor, alle Märchen zu kennen, denn er ist der Märchenprofi. Wow, wie toll ist das denn? Kennst du denn alle Märchen? Hören wir doch mal rein, was die beiden zu erzählen haben. Hallo Füchslein. Hallo Krokodil. Was ist los? Du hast ja ein Gesicht wie sieben Tage Regenwetter. Ach, ich bin einfach traurig. Warum denn? Weil mir niemand eine Geschichte erzählt. Ich höre doch so gerne Märchen. Aber das ist doch kein Grund, so traurig zu sein. Frag mich doch einfach. Ich kenne ganz viele Märchen. Ich bin Märchenprofi und der beste Märchenerzähler der Welt. Wirklich? Ja, statt hier bloß herum zu jammern, könntest du den Märchenprofi doch einfach fragen, ob er dir eins erzählt. Das mache ich gerne. Also, könntest du mir bitte, 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 bitte ein Märchen erzählen? Natürlich. Ich erzähle dir das Märchen von Hänsel und Hannelore. Hänsel und Hannelore? Das ist kein Märchen. Nein, Hänsel und Hannelore ist ein ganz bekanntes Märchen. Das sind doch die Kinder mit dem Lebkuchenhaus, in dem eine alte Fledermaus wohnt. Also, ich glaube, du meinst das Lebkuchenhaus mit der Hexe. Und die Kinder in dem Märchen heißen nicht Hänsel und Hannelore. Nein, wie denn dann? Manfred und Mathilde? Ulf und Ursula? Peter und Pustekuchen? Wisst ihr, Kinder, wie der Junge und das Mädchen in dem Märchen heißen? Genau. Hänsel und Gredel. Ah, natürlich. Jetzt erinnere ich mich. Dann erzähle ich dir das Märchen besser nicht. Da mache ich zu viele Fehler. Aber ich kenne ja noch viele andere Märchen. Zum Beispiel das Märchen vom Schneekätzchen. Schneekätzchen? Was ist das denn für ein Märchen? Na, hast du denn noch nie das Märchen vom Schneekätzchen und den sieben Bergen gehört? Ich glaube, da hast du schon wieder etwas durcheinander gebracht. Recht? Sind es nur sechs Berge? Oder acht? Oder hundert? Oder 5291? Ich verrechne mich immer so schnell. Es sind Zwerge, Krokodil, nicht Berge. Und zwar genau? Zählt mal alle mit? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Sehr gut. Es sind sieben Zwerge. Und außerdem heißt das Märchen nicht Schneekätzchen, sondern... Schneewittchen. Jetzt erinnere ich mich. Habe ich hier etwa auch wieder alles durcheinander gebracht? Dann nehme ich doch lieber ein anderes Märchen. Es gibt ja noch das Rotschälchen. Das Rotschälchen? Ja, das ist sehr spannend. Da geht es nämlich um ein kleines Mädchen mit einem roten Schal. Und das ging in den Wald, weil es seine Großmutter besuchen wollte. Und im Wald traf es einen ganz gefährlichen Dinosaurier, den Tyrannosaurus Rex. Ach, meinst du vielleicht das Rotkäppchen? Es hatte eine Mütze auf, keinen Schal. Und es traf im Wald auch keine Dino. Sondern wisst ihr, Kinder, wen das Rotkäppchen getroffen hat? Richtig, den Wolf. Einen Wolf? Ach so, das mit dem Dino hätte ich aber spannender gefunden. Macht nix. Es gibt ja noch viele andere Märchen. Ich erzähle dir einfach das Märchen vom gestiefelten Pinguin. Oh ja, das Märchen kenne ich noch gar nicht. Das klingt interessant. Super, pass auf. Es geht um einen Pinguin, der hatte Stiefel an, damit er am Südpol nicht so friert. Aber Moment, Pinguine frieren ja eigentlich nicht. Was meint ihr, Kinder? Brauchen Pinguine Schuhe? Stimmt, ich habe auch noch nie einen Pinguin mit Stiefeln gesehen. Hm, vielleicht war es doch ein anderes Tier in dem Märchen. Was war es nochmal? Das gestiefelte Eichhörnchen? Die gestiefelte Kuh? Das gestiefelte Nashorn? Meinst du vielleicht den gestiefelten Kader? Genau, so hieß das Märchen. Du bringst heute aber ganz schön viel durcheinander. Ach, ich muss nur das richtige Märchen finden, dann geht's. Weißt du was? Ich erzähle dir einfach das Märchen vom Feldsalat. Das Märchen vom Feldsalat? Was soll das denn sein? Hast du noch nie von dem Mädchen gehört, das im Turm lebte und ganz lange Haare hatte? Als der Prinz rief, Feldsalat, lass deine Haare herunter, dann ließ das Mädchen die Haare hinunter und ihr Prinz konnte dann hochklettern. Aber das Mädchen hieß doch gar nicht Feldsalat. Nein, hieß es Urkensalat oder Radieschen oder vielleicht Spinat? Sch wisst ihr, Kinder, wie das Märchen hieß? Richtig, Rapunzel. Rapunzel, hm, genau. Okay, dann erzähle ich dir was anderes. Das Märchen vom Kornhöschen. Kornhöschen war der Name einer Prinzessin, die gerne Körnerbrötchen aß und sie hatte immer eine Hose an, kein Kleid. Deswegen hieß sie Kornhöschen. Das Märchen kenne ich noch gar nicht. Recht nicht? Es ist sehr bekannt, denn das Mädchen schlief ganz lange in ihrem Schloss, bis sie von einem Prinzen wachgeküsst wurde. Oh, dann meinst du vielleicht Dornröschen. Ach, Dornröschen, Kornhöschen, das klingt doch fast gleich, oder? Gibt es denn gar kein Märchen, das du richtig kennst? Doch, die Augsburger Stadtreiniger. Das kenne ich nicht. Oh, das Märchen ist lustig. Da geht es nämlich um vier Tiere. Einen Elefanten, ein Zebra, eine Giraffe und einen Schmetterling. Und die vertreiben gefährliche Räuber. Sie machen mit ihren Besen und Mülleimern ganz viel Lärm und da bekommen die Räuber Angst und fliehen. Moment, Moment, es gibt ein Märchen mit vier Tieren. Aber das sind keine Stadtreiniger. Das sind die Stadtmusikanten. Und die kommen auch nicht aus Augsburg, sondern aus... Wisst ihr, Kinder, aus welcher Stadt die vier Stadtmusikanten sind? Richtig, aus Bremen. Aus Bremen? Ja, Bremen ist eine Stadt im Norden und Augsburg liegt mehr im Süden. Und es waren noch ganz andere Tiere. Ein Esel, ein Hund, eine Katze. Und ein Schmetterling. Aber nein. Wisst ihr, Kinder, welches das vierte Tier war? Ein Tipp von mir. Es macht Kikiriki. Ein Hahn? Darauf wäre ich nicht gekommen. Oh, ich glaube, ich bin doch kein Märchenprofi. Ich bringe alles durcheinander. Ich lasse es mit den Märchen lieber sein. Oh nein, Krokodil. Du solltest nicht aufhören mit dem Geschichten erzählen. Du bist nämlich der beste Märchenerzähler der Welt. Ich habe dir doch bis jetzt gar kein Märchen erzählt. Und ich bringe alles durcheinander und erzähle alles falsch. Aber du hast mich zum Lachen gebracht. Und euch auch, liebe Kinder, stimmt's? Du hast ganz viel Fantasie. Und Fantasie, die braucht man zum Geschichtenerzählen. Für mich bist du der beste Geschichtenerzähler der Welt. Aber vielleicht solltest du keine Märchen erzählen, die es schon gibt. Vielleicht erzählst du besser ein Märchen, das du selbst erfunden hast. Ein ganz eigenes Märchen. Ich bin sicher, das wird super toll. Meinst du? Ja. Okay. Also, dann erzähle ich dir das Märchen von der Prinzessin und dem Huhn. Dem Huhn? Ja, das denke ich mir gerade aus. Wird aber richtig spannend. Da kommt nämlich auch noch ein tapferer Prinz vor und ein verkleideter Feuerwehrmann und ein wertvoller Goldschatz und natürlich ein Drachen. Aber der ist rosa und hat Zahnweh. Ui, das klingt wirklich spannend und lustig. Ich freue mich schon auf dein Märchen. Gut, dann fange ich gleich an. Es war einmal eine Prinzessin. Und so fängt das Krokodil an, dem kleinen Füchslein sein selbst erfundenes Märchen zu erzählen. Das Märchen ist so lustig, dass der Fuchs ganz furchtbar dolle lachen muss. Er ist überhaupt nicht mehr traurig. Wie gut, dass sein bester Freund ein Märchenprofi ist. Und ihr Kinder? Ihr seid bestimmt auch ganz tolle Geschichtenerzähler. Denkt euch doch auch ein Fantasiemärchen aus. Ich bin sicher, dass es auch ganz spannend und super lustig sein wird. Vielleicht mit einem Kasper oder einem Zauberer oder einer kleinen Fee. Was meint ihr? Wer spielt in eurer Geschichte alles mit? Säcki-Kid! Was, klar? Das war Ketzt. Das war Ketzt. Das war Ketzt. Vielen Dank.